Mobiltelefonie hat sich weltweit in kürzester Zeit als unersetzliche Kommunikationstechnologie durchgesetzt. Die Doku Thank You for Calling will nun auf die Schattenseite der mobilen Kommunikation aufmerksam machen. Kinostart ist am 19. Februar. Schultermine können in allen Kinos österreichweit gebucht werden. Am 20. Jänner 2016 fand an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich der Studientag für Berufseinsteiger statt. Workshops und Fachvorträge sollten dazu beitragen, Junglehrern den Einstieg in den Lehrberuf zu erleichtern. Der Themenbogen der Referate spannte sich dabei von Disziplinlosigkeit im Schulalltag über eine Pädagogik zwischen Widerstand und Anpassung bis hin zum Thema nachhaltiges Lernen. Landeshauptmann-Stellvertreter Thomas Stelzer kritisierte in einer Pressekonferenz die mangelnde Umsetzungskraft des Bundes beim Thema Bildungsreform. Er will die Reform dort, wo es möglich ist, auf einen oberösterreichischen Weg bringen.